Der Markt ist stark gefallen, dann muss er ja jetzt auch bald wieder steigen, ich gehe long. Das ist keine Trading Strategie. Warum nicht und wie du als Trader flexibel bleibst, das erfährst du in diesem Video. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, sind diverse Märkte, insbesondere auch der Aktienmarkt, aber auch Krypto, ein wenig zurückgekommen, wenn man es so in den ersten 6-7 Wochen dieses Jahres betrachtet. Wir merken, dass einige Trader oder auch klassische Investoren, die in den letzten Jahren erfolgsverwöhnt gewesen sind, weil einfach sehr viel über diese Buy-and-Hold-Strategie ging, langsam an Grenzen kommen, an Probleme kommen und merken, das, was sie in den letzten 2 Jahren gemacht haben, läuft nicht mehr so gut. Was kannst du also tun? Wenn du bisher Buy-and-Hold-Investments hattest, klassische Aktien, long gehandelt hast, einfach nur halten, dann muss dir einfach klar sein, dass es jetzt eine Phase kommen kann, aufgrund der geldpolitischen Entwicklung, geopolitischen Entwicklung, wie auch immer, wo es vielleicht auch über Jahre seitwärts geht. Das heißt, auch da gibt es Chancen, aber nicht mehr für jeden Trading-Stil. Im ersten Step möchte ich dir klar machen, dass es eben einen riesigen Unterschied vom Mindset, aber auch vom Risikomanagement gibt zwischen Day-Trading und Investments. Ich habe es gerade schon angesprochen, klassische Investments, Buy-and-Hold-Strategie, so wie es an Warren Buffett macht, eine Aktie kaufen, über Jahre liegen lassen, ist mit Derivaten, mit Hebelprodukten brandgefährlich. Und es wird ein Kampf sein gegen einen Markt, der immer stärker ist als du. Ich möchte dir also im ersten Step klar machen, dass es natürlich sehr reizvoll ist, über Day-Trading oder Swing-Trading mit Derivaten zu arbeiten, wo du auch auf fallende Kurse setzen kannst und jetzt auch in diesen Marktlagen sehr gutes Geld verdienen kannst, aber du musst es anders betrachten. Wichtig ist hier, dass du immer irgendeinen Absicherungsmechanismus hast. Das kann das Hedging sein, also eine Gegenposition eingehen oder das kann der klassische Stop-Loss sein. Gerade für Einsteiger, ich empfehle einen Stop-Loss zu setzen, dass du einfach einen Exit hast, der dich vor größeren Verlusten wirklich bewahrt. Der Stop-Loss ist nichts anderes als eine Art Lebensversicherung für dich. Er gehört dazu, er gehört in dein Konzept, in deinen Trading-Plan rein und du musst es eben akzeptieren im Day-Trading oder auch Swing-Trading, dass Verluste dazu gehören. Dass wir die Gewinne, die wir in einer Woche oder einem Monat machen, auch teilweise wieder an den Markt zurückgeben. Es ist eben komplett anders als einfach irgendwas liegen lassen über Jahre. Wenn wir nämlich Hebelprodukte nehmen, wie CFDs, Forex, auch Forex-Bot oder meinetwegen auch Zertifikate, dann hast du das Thema Zeit, was ein wenig gegen dich läuft. Je nach Konstrukt zahlst du Finanzierungskosten und hast über den Hebel natürlich auch die Chance, überproportional zu gewinnen. Gibt es das aber natürlich überproportional auch ab, wenn es gegen dich läuft. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, als Traderinnen und Trader flexibel zu bleiben, dass du dich nicht in Positionen verliebst. Es kann tödlich sein, dass du zu lange an einer Verlustposition festhältst. Das heißt, was kannst du tun? Ich möchte dir drei Tipps mitgeben, wie du diesen Zustand zu jedem Zeitpunkt vernünftig bewerten kannst. Der erste Tipp greift schon ein wenig dahin, wo ich eben gesagt habe, es ist wichtig, einen Absicherungsmechanismus zu haben. Wir bleiben beim Stop-Loss. Ja, du sollst einen Stop-Loss nutzen, aber, und ich glaube, das ist etwas, was viele nicht wissen oder falsch machen, die meisten machen den Fehler, dass sie einen Trade eingehen, Positionsgröße schon gewählt haben und dann irgendwann sagen, ja, ich müsste jetzt mal einen Stop-Loss festlegen. Gefährlich. Mach es bitte so, dass du vor Tradebeginn schon weißt, wo lege ich meinen Stop-Loss hin. Wo ist dieser Trade für mich wirklich beendet? Und wenn du das vorher planst, kannst du es auch sauber in Kombination mit der Positionsgröße machen und du bist viel ruhiger. Du bist nicht zu hektisch. Je weiter du den Trade vorplanst und deine Exit-Szenarien schon kennst, bevor es überhaupt losgeht, desto unemotionaler und sachlicher behandelst du diesen Trade. Der zweite Tipp dazu lautet, dass du auf geopolitische oder auch geldpolitische Veränderungen schaust. Gibt es gerade einen fundamentalen Katalysator, der einfach deine ursprüngliche Idee vollkommen zunichte macht? Wenn du jetzt long eingestellt warst für den Aktienmarkt, aber wir sehen auf einmal, dass die Notenbanken auf einmal wie bekloppt die Zinsen anheben, weil sie zum Beispiel die Inflation eindämmen müssen, dann ist das kein guter Nährboden mehr für den Aktienmarkt, so wie es in den letzten Jahren eben der Fall war. Es kann also sein, dass es Sinn macht, etwas Kapital abzuziehen, Teilverkäufe zu machen oder auch einen Trade mal komplett zu beenden. Bei geopolitischen Spannungen ist es so, wir haben gerade das Thema Russland-Ukraine, da gibt es dann natürlich auch Positionen, die darunter leiden und es gibt andere wie einen Ölpreis, die gewinnen. Versucht zu verstehen, welche Korrelationen es unter den einzelnen Märkten gibt, was, wie begünstigt wird und wie sich große Gelder auch mal global verschieben. Geopolitik und Geldpolitik sind somit die größten Katalysatoren, machen wir uns aber auch nichts vor. Das ist nichts, was sich im 2-Minuten-Rhythmus ändert. Und vielleicht auch eher, was für Swing-Trader ist, die Positionen über Wochen und Monate halten. Der letzte Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, geht so in den Bereich Trading-Psychologie, Schnittstelle zum Risikomanagement. Du kannst unglaublich viel über die Wahl der Positionsgröße steuern. Die Positionsgröße sorgt dafür, ob du ruhig oder total emotional am Bildschirm sitzt. Und Ziel muss es natürlich sein, dass es sehr ruhig verläuft, sachlich, dass du keine Angst und keine Gier in diesen extremen Emotionen spürst. Denn dann wirst du nicht mehr klar entscheiden können, was du eigentlich ursprünglich im Trading-Plan vorhattest und du wirst emotional entscheiden, aus einer Laune oder aus einer gewissen Emotion heraus. Und das ist das, was deinen Trading-Plan killt und damit eigentlich dein komplettes System. Wir haben diese 1-Prozent-Regel. Wir wollen pro Trade maximal 1% des Kapitals, was wir auf dem Konto haben, riskieren. Hast du 10.000 Euro auf dem Konto, würde ich bei dem Trade nicht mehr als 100 Euro riskieren. Wenn dir das selber noch zu viel ist, ist es doch auch kein Problem, nur 50 Euro zu riskieren. Und versuch für dich diesen Wert zu ermitteln, wo du merkst, oh, wenn ich diesen Euro- oder Dollarbetrag gerade im Buchverlust bin, dann werde ich nervös. Und sorg dann dafür, dass du diesen Wert nicht mehr erreichst bei deinem nächsten Trade. Dass also die Positionsgröße und der Stop-Loss im Zusammenspiel so gewählt werden, dass du nicht mehr in diesen Bereich kommst, wo es weh tut, wo es für dich anfängt, weh zu tun. Das heißt, als Fazit wollen wir nochmal das Ziel oder Thema des eigentlichen Videos aufgreifen. Du musst als Trader flexibel bleiben. Du darfst dich nicht in Positionen verlieben. Und das beginnt damit, dass du vor Trade-Beginn schon weißt, wie dein Exit-Szenario aussieht, wo du einerseits den Stop-Loss hinlegst, wenn es gegen dich läuft, und auf der anderen Seite natürlich auch schon planst, wo mache ich einen Verkauf, wie ein Take-Profit oder ein Trailing-Stop, für den Fall, dass es in die gewünschte Richtung läuft. Es kann 45-mal gut gehen, ohne Stop-Loss zu handeln oder mit einem sehr weiten Stop-Loss. Und beim 46. Mal geht es dann mal mit einem riesigen Trend gegen dich über Tage oder Wochen. Und das ist eben das Fiese im Börsenhandel. Ein Trade kann wochen- oder monatelange Arbeit zunichte machen. Macht dir also klar, auch vom Kopf her, dass wir jede Woche oder jeden Monat immer wieder Trades dabei haben, wo wir auch Geld wieder zurück an den Markt abgeben. Selbst wenn wir alles richtig gemacht haben und wenn wir uns an den Plan gehalten haben, das gehört einfach dazu. Und noch ein ganz interessantes Zitat, was ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr von wem, aber es stand einfach nur dick und fett praktisch da drüber. Du bist nicht dein Trade. Du bist nicht dein Trade zeigt mir auch nochmal als Trader, dass ich nichts persönlich nehmen sollte, was der Markt da gerade veranstaltet. Und dass es immer nur um Wahrscheinlichkeiten geht, um Trefferquoten, Chance-Risiko-Verhältnisse und dass ein einzelner Trade niemals dafür sorgen sollte, dass ich unglaublich gierig werde oder unglaublich ängstlich, sondern es soll sehr neutral ablaufen. Und ich weiß nicht, ob der nächste Trade im Gewinn oder im Verlust landet, aber bei erprobten Systemen kann ich nach einer gewissen Quantität an Trades ganz klar sagen, das funktioniert so oder eben nicht. Und wenn du heute doch nicht da bist, dass du sagst, oh, das sind doch so viele Puzzleteile, die ich aufsammeln soll, dann schau dich um auf unserer Webseite. Wir haben A, über 500 Blogartikel mittlerweile. Wir haben aber auch dieses Angebot des Infogesprächs, dass wir uns deine Situation mal anschauen, mit zwei, drei Fragen eigentlich auch rauskriegen, wo stehst du gerade, was fehlt dir noch. Wenn du Interesse hast, dann mit uns zusammenzuarbeiten, können wir auch dazu einfach ein paar Informationen geben und helfen dir gerne weiter. Unter dem Video gibt es einen Link dazu, wo du dir das angucken kannst. Würde uns freuen, wenn du mal vorbeischaust und bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020